Der gleiche nochmal. Jetzt würde ich mal ein Stargate spielen. Haben wir heute eigentlich nur PvP? Also ich finde PvP eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem ein bisschen Abwechslung wäre immer schön. So, ich glaube einen Terraner hatten wir auch schon. Aber ich hatte eigentlich den Eindruck, dass Protoss eher selten auf der Läder vertreten ist. Jetzt kommen wir mal heulich an. Naja, muss unglaubliches Glück sein hier von uns. So. Und wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Hm, das war nicht gut. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Mit Sicherheit nicht. Was wird das denn hier? Jetzt gehört es noch ein Kernwasch. Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn wir jetzt mal das gleiche machen, was er gemacht hat? Nee. Ich mag das nicht. Ich möchte da keinen Pylon bauen. Aber lieber hier einen Pylon. Und dafür brauchen wir mehr Mineralien. Jetzt mal Stalker Sentry spielen. Wenn ich diesmal dran denke. Do ist der Gegner wieder. Heißt du schon, es ist sehr, sehr spiel. Wir haben keinen Gas mehr. Auf unsere Sonnen anzugreifen. Ich hoffe, dass er das genau wieder macht. Dafür brauchen wir mehr Gas. So. Jetzt geben wir uns nochmal zwei Stalker. Geht nicht. Dafür brauchen wir Mineralien. Ne, Kronobus bewahren wir uns mal auf. Und wahrscheinlich spielt er jetzt auch Phoenixes. Phoenixes und dann habe ich gleich ein Oracle und bin schlecht dran. Aber dieses Risiko gehe ich in dieser Sekunde mal ein. Wobei wir hier mal eben schnell scouten gehen. Vielleicht haben wir noch Glück. Aber das dauert eigentlich zu lange. Aber er sieht schon, was ich mache. Ich hätte nämlich auch schon viel früher losgekommen. Aber das Timing, das muss man auch erstmal üben. So. Hier. Exakt das gleiche. Okay. So. So, raum meine Forge. So, denn der Guides. So. Das dauert ja ewig, bis er die Animation da anfängt. Hat sich aber gelohnt. Aber ich hätte eigentlich gedacht, das würde wesentlich schneller losgehen. Und wo brauchen wir natürlich trotzdem. Für die Tiction natürlich. Wir brauchen wir mehr Mineralien. Dafür reicht die Energie nicht. Wir brauchen wir. Hier ist der Supply Block gerade. Und es fehlen Mineralien. Hat sich schon ein paar alles gebaut. Ich hoffe sehr. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, hatte ich. Hat sich doch. Geht nicht. Manchmal kann ich mich auch auf mich selbst verlassen. Aber nur manchmal. So, Oracle. Willst du nochmal losfliegen? So. So, ein bisschen viel hier in der Queue. Gehe ich zu. So, einen letzten Phoenix werden wir uns gleich noch holen. Oh, der Flügebrüte. Oh. War die Animation von den Oracles schon immer so lahm? Ich habe das Gefühl, das dauert alles ewig, wenn ich irgendwas mit Oracles mache. Nee. Dafür brauchen wir mehr Gas. Wir haben kein Gas mehr. Ich durchstreife die Galaxie. Ah, mein... Meine Robo ist nicht auf 9. Das sollte sie aber sein. Ohne zusätzliche Upgrade durchgeführt. Auf der Schwingen der Gerechtigkeit. Verstanden. Aber rasch. Für die Ehre. Ich durchstreife die Galaxis. Verstanden. Aber rasch. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Ich habe jetzt eigentlich einen Templars Archive. Ja. Ist gut. Wuscht er schon? Das wäre nicht so gut. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Wir stellen uns Kassappen. Mein Leben für Ajor. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Da immer noch. Lifte den doch. Die Verschmutzung. Oh. Der Rand ist nicht so weit oben, wie man denkt, dass er ist. Das ist schade. Erneut diene ich. Dafür fehlt uns kein Engas. Kassappen. Mein Leben für Ajor. So. Dafür brauchen wir mehr Gas. Lasst die Verschritten. Mein Leben für Ajor. Ich fühlge mich. Oh, da war was. Hat er alles? Jo. Oh, warum seid ihr denn nicht gemorpht? Komm, morph doch mal hier. Könnt ihr mal vielleicht anfangen zu lüften? Ey, meine Einheiten machen manchmal nicht das, was ich von ihnen verlange. So, diesmal hatte ich nämlich auch 2-0, auch wenn ich wieder vorher ein bisschen geschlampt habe mit einem Makron, ist das alles noch hier gewesen. Habe ich Detection noch? Nö, das sollten wir gleich ändern. So, hast du dich hier echt eng geworden? Ich finde es echt schön, dass man sich nicht mehr Gedanken machen muss, ob irgendwie, wo man die Gates baut, damit man die am Ende noch ausklappen kann und wiederfindet. Das ist schon mal eine schöne Verbesserung, muss ich ganz ehrlich sagen. So, mit Immortals. So. 64, naja. Na ja, ne, Leute? Habe ich noch irgendwie eine Sentry? Überhaupt nicht. Das ist zwar gasintensiv, aber ich brauche nochmal zwei Sentries, um zu scouten. Was macht der da? So, ein Immortal noch, dann Raw Prison, dann greifen wir an. Müssen uns mal eben ein bisschen absichern hier. Und auch selber was, äh, in die gegenteilige Richtung vielleicht unternehmen. Wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Da ist der Gegner nochmal. 3-1 hat er schon, Alter. Da hat er mir ein Upgrade voraus. So. 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 Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Ein Leben für Ajo. So. So. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranborden können. Raw Fels online. Das ist eine Scheiß-Position. Das sollten wir trotzdem schaffen mit Re-Enforcements. Mein Leben für Ajo. Kein Blink erforscht, ne? Nein. Der Kampf ist Ruhm, wird unser sein. In den Kampf. Arun Aladam. Er ist Ruhm. Ich glaube nicht, was da für fehlt uns Wesen. Kasar, die Templari. Mein Leben für Ajo. Komm, den töten wir noch. Nein. Komm. Ihr werdet den jetzt noch töten. Und wenn es euch allen das Leben kostet, ja? So. Haben wir meinen Warp-Prism irgendwo? Upgrade durchgeführt. Hör ich doch gerne. So. Wir haben gerade kein Gas. Also geben wir uns mal möglichst viele Seleids und zwei Templar und sie zu verschmelzen und gleich ein Arken zu bauen. Nein, nicht einladen hier. Er hat bessere Upgrades, aber ich sollte deutlich mehr Arme haben. Da hilft ihm auch kein Warp-Prism-Micro. Da ist jemand, Matt. Upgrade durchgeführt. Seit 2010. Also seit ungefähr einem Monat, nachdem Binks of Liberty released wurde. Später habe ich ja nichts nicht gespielt. So. PVZ. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit langem, oder? Dort glaube ich schon. Wir brauchen mehr Mineralien. Guck mal, Gateway extra, aber unten halt. So. Kommt heute noch ein Turnier. Was meinst du mit Turnier, bitte? So. Also ein Community-Gang gibt es heute nicht, wenn das deine Frage ist. Und ich selbst werde vermutlich auch nicht in einem In-Game-Turnier mitspielen, geschweige denn in einem richtigen. Also in einem richtigen auf gar keinen Fall. So. Ich habe übrigens letztens eine E-Mail bekommen, dass mein ESL-Account deaktiviert wurde, weil ich drei Jahre nicht auf dem gespielt habe. Da habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich vor drei Jahren wohl ein Turnier gespielt habe. Sachen gibt es manchmal. Soll ich tun, als würde ich Canrushen? Komm, machen wir das mal, auch wenn ich nicht glaube, dass das was hilft. Jetzt steht mein Spiel leider gerade. Ähm. Okay, ich bin es offensichtlich nicht. So. die machen wir gleich so ja ich glaube schon dass das ganz okay ist wenn wir so zu machen ja da braucht ihr noch ein bisschen zeit zu überlegen wie er gegen den in anführungsstrichen canon rush vorgeht und hat deshalb ein bisschen zeit extra verstreichen lassen ignoriere jetzt übrigens konnte den fakt dass ich supplyblock bin das habt ihr gar nicht gesehen mein gott das dauert so ewig ich hoffe dass der nexus ein bisschen schneller fertig wird also das war jetzt nicht der grund warum ich den pilot nicht gebaut habe den habe ich schlicht und einfach vergessen aber trotzdem hatte ich dann in der daraus folgenden situation gehofft dass es ein bisschen schneller geht was leider nicht der fall war nun gut so uns jetzt hier sorgen machen ich mache mir sorgen um ehrlich zu sein das ist aber auch okay gestalt eigentlich gleich nach vorne aber das geht noch nicht mit dem also ich würde man es da jetzt nicht direkt unter ihm bauen aber dass er insgesamt scout kann ich halt nicht verhindern dafür habe ich natürlich am anfang zu wenig die sachen die luft schießen können so wir werden uns aber gleich einfach dass den phoenix first können und dann noch ein oracle machen um ein bisschen vision und so weiter zu bekommen immer wieder ach hier geht es ja gar nicht raus was schön den weg schon vorgelaufen den es gar nicht gab auch schön so gehen dann auf die robo nix gönnen wir mal bitte hier ein bisschen weiter verlauf da ist eine dritte base da sind viele viele länder jetzt nicht so ganz auf jeden fall muss ich die hier opfern naja du wolltest nicht darauf schießen was ich wollte das war schade das hatte ich mir anders erwünscht das wollte ich so überhaupt gar nicht machen jetzt kann ich ja nicht mein gas nehmen also manchmal überrascht mich meine eigene unfähigkeit im micron doch extrem aber das letzte was ich machen wollte war eine sentry bauen naja kann man sich ändern so wir uns hier einmal das so die ist so viele als dass wir hier direkt unsere exe leider nehmen können das ist ganz unschön die sterne stehen naja müssen wir uns eben leider im dark scheinen können weil ich das schon wieder heilenmäßig verkackt habe aber ich bin getroffen ich habe nicht darauf geachtet um ehrlich zu sein aber da mein oracle noch lebt nehme ich an zumindest ein bisschen was getroffen habe ohne zusätzliche wir sind ich sollte zusammen mit dem oracle das hier beschützen während ich dort eine exe nehme so der plan nur die gläubigen nicht die erstgeborenen werden auf siegen uns fehlen mineralien so dafür brauchen wir mehr mineralien uns fehlen mineralien wir brauchen mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien das was denn mit der atom Gut. Vorbereitung hier rauf. Gut. So, ich will jetzt gerne hier gleich nochmal zwei weitere T-Swapen, um dort noch ein bisschen mehr Arken mäßig unterwegs zu sein. So und so. Das ist unschön, sehr unschön. Viel zu früh. Jetzt hätten wir Sorgen gehabt. Das war ärgerlich. Aber ich habe auch viel zu wenig Geld. Das können wir nur in einem Energiefeld platzen. Okay. So. Ich hätte früher das Templars Archive nehmen müssen. Und ich habe hier auch zu sehr Probes gecuttet. Ich muss meine dritte früher nehmen. Er hatte nicht so viele Linge, als dass ich die so lange delayen durfte. Aber er hat genug, um mir ein bisschen Angst zu bereiten. Muss ich deutlich früher nehmen. Mit dem Oracle kann man halt echt extrem viel defenden, was das angeht. Ähm. Das muss ich eher machen. Das ist noch wichtiger, als irgendwie dem Oracle nach vorne zu fahren. Auch wenn natürlich da eigentlich auch ein bisschen gescoutet werden soll, wie weit der Lehrtext schon ist. Trotzdem sinnvoller ist das zu machen. Das ist doch gar nicht und betrachtet. Aber wir schauen. Was dessa noch besser? Was ist das? Das stimmt. Ich bin. Wir liegen. Ich bin.